So, jetzt haben wir uns richtig weit nach oben gekämpft. Aber hier ist jetzt Schluss. Wir blicken mal nach oben. Da sind wir die Henniker. Dann sind wir da, Gerd und den David. Und hier ist aber wirklich nur noch ziemlich viel löses Groll. Jetzt gucken wir nochmal weiter ins Tal. Hier gibt es nicht mehr viel, außer Steine. Davon allerdings reichlich. Soweit ein netter Ausflug. Jetzt heißt es nur noch sicher wieder rum.